Fritz Heinrich Angerstein wurde am 3. Januar 1891 im damaligen deutschen Kaiserreich geboren. Er war das siebte von zehn Kindern. Er litt früh an Tuberkulose und man musste ihm bereits früh eine Rippe chirurgisch entfernen. Mit 14 Jahren begann er in einem Büro für Landvermessung zu arbeiten und 1911, also mit 20 Jahren, heiratete er. Seine Frau war hysterisch und hatte sechs Fehlgeburten. Das Paar blieb kinderlos. Zudem litt das Ehepaar zusätzlich unter Angersteins Schwiegermutter, die eine absolute Tyrannin gewesen sein soll. Das ging so weit, dass das Ehepaar schwer krank, wie sie zudem waren, gemeinsam Suizid begehen wollten, doch sie brachen den Versuch, sich gemeinsam zu ertränken, ab. Er verdiente gut, doch sein Arbeitgeber schuldete ihm noch Geld, weshalb er in Geldnot Gelder unterschlug, während seine Familie, inklusive Schwiegermutter, Schwägerin und Magd, in eine kleine Villa in Firmenbesitz zogen. Bald wurde Angerstein auf die Unstimmigkeiten in der Buchhaltung angesprochen. Zudem versetzten sechs Schüsse, die vor dem Haus bei einer Feier abgegeben wurden, seine Frau derart in Unruhe, dass sie starke Schmerzen und blutigen Durchfall bekam. In der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember 1924 verständigten beide sich darauf, gemeinsam zu sterben. Als seine Frau erneut in Ohnmacht fiel, stach er mit seinem Jagdmesser 18 Mal auf sie ein und rannte dann aufgebracht in sein Studienzimmer, um sich, wie geplant, selbst zu erschießen. Doch alle Revolver versagten, also versuchte er sich mit einer Axt die Hand abzuschlagen. Doch dann schrie seine Schwiegermutter. Er lief zu ihr und schlug mit der Axt auf sie ein, wütend darüber, wie sie seine geliebte Frau behandelt hatte. Da stand plötzlich die Magd vor ihm. Sie hatte das Essen zu oft verbrennen lassen, weshalb seine Frau auch häufig kaum bis gar nichts gegessen hatte. Sein Zorn traf auch sie. Er verfolgte sie und schlug mit der Axt auch auf sie ein. Offenbar steckte er den Leichnam der Frau in Brand. Er kehrte ins Schlafzimmer zurück und tackte wie im Wahn auf die Leichen seiner Frau und seiner Schwiegermutter ein. Er wusch die Axt und setzte sich hin, wobei er vor lauter Erschöpfung einfach einschlief. Als in der Nacht seine Schwägerin auftauchte und ins Badezimmer ging, griff er sie von hinten an und tötete sie. Am folgenden Morgen kamen der Buchhalter und ein Angestellter nacheinander in die Villa, um die Buchungsauffälligkeiten zu besprechen. Doch Angerstein lockte sie einzeln in sein Büro und erschlug sie mit der Axt. Zwei weitere Männer mussten sterben, weil Angerstein glaubte, sie hätten etwas mitbekommen. Er hatte zu einem unbekannten Zeitpunkt auch seinen Schäfer runterschlagen und in den Keller gelegt. Er verschüttete Benzin in der Villa und ging noch einmal einkaufen. Zurück im Haus stach er auf sich selbst ein und zündete das Benzin an. Doch er wurde gerettet. Zunächst behauptete er, sie wären überfallen worden, doch bald gestand er die Morde in einem Anfall von Wahnsinn begangen zu haben. Am 13. Juli 1924 verurteilte ein Gericht Angerstein zum Tode. Er akzeptierte die Strafe bereitwillig und erklärte, dass er keine Gnade wünschte. Am 17. November 1925 wurde Fritz Angerstein mit einer Axt enthauptet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017